ja hallo zusammen da bin ich wieder mit einem display zu commanding conker der alarmstufe rot auf seiten der alliierten nachholmissionen liebe leute und genau wir letzten mal hier in mission 6 angekommen und genau wir haben uns jetzt hier aufgebaut und frei gekämpft letzten mal und jetzt steht tatsächlich an dass wir uns transportschiffe bauen also auf jeden fall erst mal hier auf marine setzen die karte ein bisschen zumindest einmal erkunden wartet mal ich komme eine werft wartet mal brecht das mal ab der transporter werde ich zumindest schon mal da oben hinstellen warum bitte eine zweite werft hierhin so ganz bitte weitermachen weil hier geht es halt einfacher oder ist ein ubo teuren ok leute das ist interessant stell die manik mal bitte da unten ab und lasst die kreuzer bitte hier hin zumindest die fünf stück so dann haben wir jetzt unsere transportischen ok jetzt schau dich das an wie er so bachs hier oh was wieso hat sich das jetzt aufgedickt das ist ja interessant ja gut okay ich habe hier auf jeden fall eben gut herfahren sehen die höre nicht auf so alles klar das waren zehn stück oder so ne ja das sind sie ein stück dann bei euch noch 15 so höchstens an das sieht geil aus primary sagte dann würde ich sagen machen wir noch mal eine schiffstour und das war gut und ja dann freue ich mich dass wir wieder hier eingeschaltet habe ich komme an der konkurrent edition wie war jetzt hier weiter den russen platt machen und unbedingt benötigen wir sollen die technologie zentren ausspionieren gut das heißt ich brauche gleich noch mal ein james bond und ach du scheiße was ich habe eben hier eine einen spawner weggenommen sehr schön das war gut dass er uns da einfach so in den weg gefahren ist das war gut leute und ja nach wie vor leute die aufnahmen zwischen am sonntag abend und macht mal fünf weniger ich glaube so viele panzer brauchen wir hier auch das ist ja gemein jetzt Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Nimmt der mir meinen Transporter weg. Das ist ja wohl nicht wahr. Wo ist der gemein, ey? Ist der mies. Ist der mies, ey. So, dann fahrt bitte weiter hier und macht den kaputt. Ist das ein Sack? Ist das ein Sack? Ganz ehrlich. was ein banner hat die bucke ist auch so wunderbar so da kommt da ich wusste dass es diesen spanner gibt aber naja gut ein panzer ist weg gut dann war hier drüber und wenn ich ihn einfach einfach nach genau diesen spanner hatte ich nämlich auch noch in erinnerung tatsächlich und ja den haben wir ja jetzt überstanden quasi ja so hier wäre auch noch ein bisschen geld wenn was denn bräuchten wo die energie die reich aber auch so gerade aber auch nur weil er die angekratzt hat okay ja die leute machen wir ja doch mal weiter mit 6 der alliierten auch jetzt hat er hier schon wieder so eine scheiß das kann doch nicht wahr sein was will er denn jetzt mit seinen boten hier das ist doch bescheuert echt der mit seinen gescheiß wohnten mann ich will die nicht immer nachbauen müssen so das ist da oben okay die machen irgendwie wenig schaden habe ich das hier habe ich den eindruck ja die machen wenig schaden sondern brauche ich ja noch eine spion 500 ok das geht noch und da muss ich die eigentlich noch mal reparieren fahren genau heute und also war eigentlich auch schon durch mit dem erkunden und mit dem aufbauen und so und da ist ja wieder der kacken butter damit komme ich an die energie dran von ihr tatsächlich wie geil ich konnte an die energie dran wunderbar dann nehmen wir doch mal die energie weg hier genau dieser sound wunderbar dann ist das hier eigentlich team 1 schon die sind auch schon repariert wunderbar den auch noch bitte mit nein nein der baut die nach der sack okay dann muss ich mich anders anderwertig umschauen was habe ich gesehen der sack hatten mammut da wird nicht in die tesla spule fahren sollte denn das wahnsinns leute die schiffe die sind doch manchmal so blöd was kommt die denn jetzt hier wurde mich verkackern wo kommt die denn jetzt hier ach du scheiße ok wo kommen die denn jetzt hier ja 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 tauche ich auf tauche ich auf hier sehr gut das kommt doch wieder mit seinen flugzeugen an wartet mal ich glaube sie wird gerade ein bisschen sauer kann ich ja verstehen jetzt sind die wieder sind die wieder auf der falschen beob טion welt so reicht jetzt reicht reicht jetzt so nein 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 ja noch nicht kaputt sehr gut okay dann hätte ich jetzt eigentlich gerne noch und die jetzt schon wieder ja jetzt was zur hölle ins bonn naja gut was die jenster schule rein seid nicht blöd bitte so ich möchte mich noch ein bisschen den seeweg erkunden weil irgendwo hier muss ich doch sicher anlegen können was denn jetzt schon wieder nein 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 dann behalten schieb und noch mal die fünf hallo ist hier ganz schön nervig muss ich sagen schön immer auf meine werft okay gut dann hätten wir jetzt hier team 1 so die können sich ja mal einladen wartet mal heute mit drei flugzeugen das ist ein spanner leute okay dann stelle ich bitte nach da oben da kommt auch schon wieder auf meine werft okay aber liebe leute ladet euch ein auch was stelle ich mir bitte an die und liebe leute dann freut mich dass ihr dabei seid auch nicht schon wieder nix 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 so jetzt hört doch auf freue ich mich dass man wieder hier eingeschaltet habe beim kurne konkurriere master da kommt das schon wieder das ist ja wohl das ist ja wohl ich war verheimlos brauche ich ja nicht gut der macht nix sehr schön der ist nämlich so blöd und fährt hier rein wow was ein sack was ein sack echt naja komm passt wunderbar oh man das ist schwieriger als ich dachte aber kriegen wir auch hin das ist jetzt nicht unmöglich auf jeden fall sehr gut zum glück habe ich den jeep da so leute dann so dann da fehlt einer naja ist jetzt egal das ist jetzt egal wenn da einer fehlt gut geht ihr bitte da rein dann haben wir da doch gleich der spion der kann schon mal hier rein genau und kann ich hier mit denen vielleicht schon irgendwie was diese raketenwerfer da ja danke aber hier kann ich eine werftes platt ja ok eine werftes platt kriegen wir schon hin hier und da können wir hier die energie platt machen sehr schön wir können ihm hier die energie wegnehmen wunderbar leute bam ich finde die sounds so geil hier rums oh wo denn jetzt schon wieder kackmänniken echt hör doch oh fey ja macht nix ist okay so oh ist noch ein u-boot macht die patzer doch zumindest platt richtig so dann macht das u-boot weg hier in ordnung in ordnung in ordnung treffen die gut ey was treffen die gut ok wird gebaut dann bräuchte mal zehn kreuzer hier einsatzfahrzeug konstruktion ab und wo kann ich denn jetzt mit denen hier einheit bereit was hab ich denn hier gebaut pfff warum das denn abgebrochen äh wo kann ich denn mit denen anlegen hier das neue tesla unser stützpunkt wird angegangen auch leute könnt ihr mal aufhören ihr müsst irgendwann mal keine coole was nein was für ein hatte mir fünf panzer und transporter geklaut das kann ich gleich wieder neu gruppieren nö mache ich nicht leute ähm ich werde jetzt gleich erstmal den weg hier freiräumen ich frag mich so langsam aber auch wo ich hier anlegen soll ich meine teslas wo überall stehen teslas ähm keine ahnung ehrlich zu sein so dann könnt ihr mal hier losfahren sammelt euch mal da hinten bitte du transporter kommst bitte auch mal hier hin da kommt er schon wieder mit dem scheiß spawner den kann man nicht abbrechen das ist nicht möglich das sind auch spawner flugzeuge ach ja willkommen bei abstufe rot die gegner mit ihren spawnern hier die sind schon jetzt hör doch mal auf also wirklich leute so haben wir es jetzt bald mal ja treff ruhig so gut ey okay man so leute dann muss ich die hier mit schiffen beschützen okay und tschüss was für uns tschüss naja egal kommt ähm dann werden die jetzt bitte in das nächste schiffchen hier reinfahren ich meine wir können es ja nachbauen ne wir haben ja genug kohle so da muss ich gleich gucken wie ich die da erledigen kann hab ich hier nicht irgendwas an lufteinheiten ne hab ich nicht da kommt er schon wieder an man so so alles klar ähm dann muss ich jetzt mit den schiffen halt hier ja wir gucken dass ich die testerspulen wegkriege fuck da stehen auch noch U-Boote drin in Ordnung oder ne wartet mal ähm ich stell die mal hier hinten hin in Ordnung also ich werde die da hinten ausladen bam sehr gut ach ne so unser Stützpunkt sehr gut so ähm wie gesagt dann werde ich die wahrscheinlich hier hinten ausladen müssen ganz hier hinten lasst die mal aus nicht in die reichweite der testerspule bitte achten da kommt das schon angekackt da kommt das schon angeschissen oh ok ja dann macht die mal platt die einheiten so ich hab noch mehr hier ich hab noch mehr im angebot kollege da kommt da bitte ein mammut an dann mach den platt da hallo komm raus so wunderbar gut Leute dann wartet mal ich speichere das erstmal so ein 6 und die testerspule direkt ach die funktioniert schon gar nicht mehr ja lass dich platt machen ist ok ähm gut uiuiui so bäms was was ist hier kaputt gegangen dieser Penner hat er mir eine Waffenfabrik weggenommen ey so da mach diesen mammut endlich mal weg hier so so Leute ähm er hat nur noch Maschinengewehr was er hier ähm zum verteidigen nutzen kann oder ne quatsch hier unten ist der mammut macht den mammut platt so Energie platt machen da kommt er schon wieder mit irgendeinem Scheiß an so alles klar so dann überfahrt das Zeug einfach und den Bauhof und den Bauhof unbedingt platt machen Leute unbedingt platt machen so ach dieses Spiel ist so schön schnell Leute ich kann es euch gar nicht anders sagen so dann hier bitte die unbedingt die Tesla Spule weg machen zuerst sehr schön alles klar ja Leute ihr fragt euch wahrscheinlich warum mache ich denn alles platt die haben noch gesagt wir sollen nur ein äh Technologiezentrum ausspionieren es liegt einfach daran weil das äh wenn wir das ausspionieren danach sagen die nämlich äh so wie jetzt Einheit und Gebäude zerstören deswegen mache ich das lieber schon mal jetzt ähm ja dann haben wir das schon mal erledigt soo gut dann kann ich ja meine Spionen abholen hier mein James Bond bitte kommander für Königin sehr schön über die Fahrt ja einfach drüber so und dann hier weiter platt machen so James das war das Gebäude sehr schön mal Spion dann komm schon mal äh wartet mal ja das habe ich mir gedacht das habe ich mir gedacht dass da umgekehrt herum nummern so macht doch diese Runde bitte hier platt ja wir brauchen sie das verbrauchen wir jetzt nicht mehr wir haben ja geschafft hier soo dann machen wir ihm hier schon mal die ganze Kohle platt und bäms beides auf einmal hier gut nein ich brauche keine Silos mehr Leute Junge ich habe gleich alles hier alles platt gemacht hier ja dann könnt ihr schon mal hier hinten hinfahren ja wunderbar und ja Spion hier rein so seht ihr das zerstören sie alle sowjetischen Einheiten und Gebäude so Junge ich brauche keine Silos mehr es lasst die Sammler stehen oder keine Ahnung das Ding ist jedenfalls jetzt platt und dann überfahre ich die noch aha er hat da noch ein U-Boot der Sack ein U-Boot hat er noch eins noch so und kaputt machen da und zack wunderbar Leute dann können wir auch schon weiter gehen perfekt jawohl ja sehr schön wieder keine Bonus Galerie ich glaube die neue Bonus Galerie kommt tatsächlich erst in der Ameisen Kampagne wo ich auch schon gespannt drauf bin weil die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt gelder werde 12.409 geil gut liebe Leute nächste Mission machen wir nicht weil die haben wir ja schon die haben wir ja schon damals gespielt gut gut sind wir auch schon bei Mission 8 1 2 3 nur noch 3 nur noch 3 Missionen oh man oh ne nicht Schutz der Chronosphäre bitte in dich das ist eine scheiß Mission das ist eine richtige Kack Mission aber gut kriegen wir auch hin so Katzin hier unglaublich wir ließen es verschwinden und wieder auftauchen aber mit viel zu wenig Kontrolle wir hatten einige Verluste aber haben sie diese Kontrollprobleme gelöst darum geht's ja beim ganzen Projekt Chronosphäre und hier kommen sie ins Spiel ich wollte dass sie das hier sehen damit sie verstehen wie wichtig ihr nächster Auftrag ist hier wird die Chronosphäre getestet in einer Forschungsstation in der G-Zone bei Laich die Sowjets haben vor kurzem erfahren was hier vor sich geht und seitdem kommen ihre Bomber regelmäßig zu Besuch sie Kommander müssen diese Forschungsstation beschützen und natürlich auch die Wissenschaftler darin begeben sie sich sofort zu dem Stützpunkt und befestigen sie ihn wir würden ihn ja räumen aber dann wären Monate der Vorbereitung zunichte gemacht die Gebäude und ihre Einrichtungen müssen funktionsfähig bleiben bis die Versuche abgeschlossen sind Jep liebe Leute es ist so eine scheiß Mission aber ähm die an die kenne ich noch nicht ich kenne nur die andere ui babababababam geile Flak gut so ähm ob sie die ist da oben jetzt die Basis okay wartet mal allgemein mach mal bisschen langsamer bitte nochmal die ist jetzt hier oben die Basis okay ähm ja da kommen noch Schiffe wartet mal ja in Ordnung in Ordnung genau weil der ui 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 scheiße ja gut egal ähm Leute wir haben ja auch einen GPS-Satelliten den hatten wir bei der letzten Position auch nicht ach du scheiße äh okay äh Schiffe helfen helft mal bitte so ähm ihr könnt helfen genau so Schiffe helft mal so ja geh ruhig zuerst auf die Minenleger ist in Ordnung hehehe so Leute ähm sehr schön dann haben wir hier zumindest schon mal aufgeräumt dann können wir jetzt hoffentlich nach da oben ganz schnell wo ist mein Bauhof hier ist mein Bauhof okay ach das war ja gar nicht so wild melde mich wie in Ordnung ufff das war ja gar nicht so wild ey ohne Scheiß ich hab noch einiges an Einheiten übrig wird repariert wird repariert ja ich repariert das Ding wir müssen wir beschützen Leute die Chronosphäre wird repariert wo ist ja wo kann der Sammler denn sammeln gehen ah ok wir haben noch ein bisschen Platz oh hier unten kommst du da hin ja tatsächlich Bauhof bitte nicht hier rein fahren oder doch da ist da ist ein Durchgang doch doch ist okay ähm Sammler sammeln bitte hier wenn das jetzt wirklich alles war an anfangs Einheiten von den Russen dann ist die Mission echt easy muss ich aber so sagen gut ja aber hatten wir nicht hatten wir nicht bei der anderen Mission mehr gehabt oder auch so wenig ja wo würde ich jetzt gucken äh bau dich auf jeden Fall erstmal auf so und direkten Großkraftwerke müsste verbauen noch 40 Minuten ok was ist das jetzt hier hey die Karte ist doch irgendwie viel kleiner ne das sieht doch echt so aus als ob der Gegner hier gar keine Basis hat bei der anderen Karte hatte der Russe nämlich immer eine Basis gehabt das ist ja interessant jetzt ok ähm Sammler dann bleib mal bitte hier stehen wenn das sowieso voll ist hier ähm dann bleib mal bitte stehen so dann brauchen wir Mäniken und drada ganz wichtig und ich glaube na die Feuer ist schon wieder voll ey das ist doch traurig das ist doch echt traurig aber gut was ist denn das jetzt hier Hans und Gretels öh öh ok na gut ich denke mal ein bisschen kann ich die ähm Speicher erstmal Mission äh Mission 8 Alli gut gut und äh dann mach ich mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller hier so das muss ich schneller gehen unser Stützpunkt unser Stützpunkt wird angegriffen oh fuck ja gut dann kriegst du aber hin oh jetzt wird es knapp uh fuck 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 okay okay ich hab nichts gesagt äh Gummipanzer helft mir bitte so alles klar ach beide Türme sind weg okay ähm gut dann kann ich jetzt ja auch einfach Kampfpanzer bauen hier ne Konstruktion abgeschlossen äh scheiße die geile Position der Geschütztürme ist weg da kommt da mit ne da kommt da mit ne Verstärkung an dem Brenner so so mach die kaputt mach die kaputt ach verdammt okay zwei nur zwei nur das ist okay zwei sind okay so alles klar puh alles klar ui 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 das ist jetzt aber ein bisschen viel so ho wunderbar okay das haben wir verteidigt alles klar brauche ich einfach einheit ich brauche einfach nur einheit da kann ich ja auch mal gucken was haben wir denn hier noch hier aber nur sie glaube ich ne auf jeden fall noch geld ach du scheiße kommst du dahin nein okay dann artillerie mach den kaputt ach du dann ihr mediken hilft so wunderbar ha ha schaut mal wir haben unseren spüren Nahrschutz-Atheliten gekriegt sehr schön jetzt kommt er hier schon wieder ha 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 nichts rausgekriegt sehr schön sehr gut leute ähm ja gut ich meine arme ist noch dessen was diese mission ja eigentlich nur abwarten ist ne ja doch er hat doch eine basis aha okay nein mein haste nicht auf meinen sammler nein 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 mach die platzer los nach dem kaputt ach du scheiße was, 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 was so und hier drauf wunderbar Die kriegen wir doch platt hier. Also diese Mission ist bis jetzt tatsächlich einfacher als die letzte. Bei den letzten hatten wir keinen Satelliten. Und wir hatten auch nicht so viele Einheiten übrig am Anfang. Jetzt sehen wir ja alles. Das finde ich krass. Jetzt sehen wir ja alles. Gummipanzerfahrt, die war platt. Die machen mich ein bisschen nervös da hinten. Und, ja, haben wir es gleich auch schon geschafft hier mit der Folge. So, wunderbar. Und die Manneken. Einfach drüber. Einfach drüber fahren. Und der Raketenwerfer. Den auch, bitte. Das ist echt praktisch, dass wir jetzt hier alles sehen. Unglaublich praktisch. So, da kommt er wieder mit einem Bomber. Haha, der schmeißt ins Leere. Ist das nicht geil? Gott sei Dank. Ich frage mich aber, was das hier ist. Technologie Center. Interessant. So, da schon wieder mit drei Grennern. Mit drei Flammenwerfern an. Ist es in Ordnung? Versucht er denn da ständig? Bestätigt. Der will mich wohl ein bisschen nervös machen hier, ja. Schafft er aber nicht. Schafft er aber nicht. So. Dann macht die Kalt los. Es sind streng genommen noch 20 Minuten, aber es sind nur noch fünf Minuten. Von daher werde ich hier so ein bisschen alles noch durchmachen. In dieser Folge. Und, naja. Ach du Scheiße. Ja, um Gottes Willen. Mach den Raketenwerfer weg. Sehr schön. So. Da kommt er jetzt schon mal mit drei Panzern. Das ist schon mal ordentlich. So. Der kleine Gummipanzer. Oh Mann. Ja gut. Aber das kriegen wir hin. Ah, zack. Sehr schön. Oh, ich schaue mich das an. Wunderbar. So, dann. Was habe ich mir gut? Quatsch, das sind noch fünf Minuten hier. Und seinen Trigger hat verkackt. So, Leute. Ich glaube, der will auf meinen Sammler kann das sein. Der will immer auf meinen Sammler hier. Abababababam. Weg damit. Sehr schön. Ja, wir haben es einfach eine Masse an Einheiten. Das ist schon ordentlich. Und ja, die können jetzt hier ein bisschen verteidigen. So. Dann hilfst du mal bitte. Bam. Sehr gut. Der Gummipanzer ist noch hier. Sehr schön, Leute. Oh mein Gott. Dann haben wir das eigentlich auch gleich schon geschafft. Ja. Die Mission ist deutlich einfacher als die andere. Wirklich. Die ich in der anderen Kampagne gespielt habe. Hier sieht man ja alles. Hier sieht man ja alles. Das. Oh. Mach den Blatt da los. Den auch bitte. Und wisst ihr was? Ähm. Ich werde ihm seine Sammler wegnehmen. So. Nichts mehr mit Kohle, ihr Kollege. Haha. Nichts mehr mit Kohle, Kollege. So. Artillerie. Eine Artillerie haben wir. Sehr schön. Artillerie kann ja auch mal ihren Dienst machen, ne? So. Sehr schön. Alles klar. Ja, cool. Ja. Wie gesagt. Ich glaube, wenn wir hier alles platt machen, haben wir auch gewonnen. So. Ah. Tesla-Schwule raus da. Okay. 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 Ich habe es verstanden. Ich darf nicht hier rein. Okay. Das ist aber auch nur eine. Das ist aber auch nur eine. Haha. Das ist auch nur eine. Na gut. Dann. Und los. Und weg damit. Sehr schön. Und Artillerie? Mach dich mal nützlich. Alles klar, liebe Leute. Dann. So. Sehr schön. Du machst den Flammturm platt, ne? Sehr schön. Wunderbar. So. Und bam. So. Jetzt auf die Tesla-Schwule. Unbedingt auf die Tesla. Die kann dreimal schießen. Boah. Okay. Haha. Sehr gut. Ach. Mann. So. Hör auf nachzubauen. Überfahr die. Überfahrt die. So. Das ist mir schön. Alles klar, liebe Leute. Da machen wir jetzt in der letzten Zeit. What? Wartet mal. Mach mal bitte. Bauer bitte ein Kraftwerk. Ach du Scheiße. Kommt ja jetzt hier die Mammuts her. Okay. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Das hätte ich es vielleicht nicht machen sollen. Scheiße. Aber. Ja, wir haben den Geschwächter und der kann jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig kommen. Er hat es wieder aufgebaut. Shit. Einheit verloren. Hä? Wo Einheit verloren? Wo denn? Willst du sie befohlen? Bestätigt. Haha. Ach, hier unten irgendwas. Okay. Ah. Der Sack kriegt wieder eine Verstärkung hier. Zwei Stück. What? Zwei Mammuts. Nö, 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 nix da, nix da, nix da. Wow. Viele Mammuts jetzt hier. Kommt jetzt mit vier Raketen werfen an? Aber er kann da nicht durch. Haha. Der kann da nicht durch. Okay. Es zieht an. Es zieht an. Tatsächlich. So, dann zieh den bitte rein. So. Oh, wunderbar, ey. Wunderbar. Wenn die kennen. So. Komm, den kriegt ihr. Komm, den kriegt ihr. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. So. Ja, da macht die kaputt da los. Ja, natürlich. Scheiße. Ja, gut. Egal. Aber wir haben es noch drei Minuten und das haben wir eigentlich auch geschafft. Weil viel mehr ist es nicht. Hat jetzt noch ein Mammut, ja. Einen Panzer kann ich vielleicht doch bauen, oder? Wo ist mein Sammler? Jetzt ist mein Sammler weg. Jetzt ist mein Sammler weg. Aber? Wir haben es doch, soweit. Ich sammle mal alle meine Einheiten mal hier. Aber das sollte es doch jetzt gewesen sein. Ja, das war's. Oh, Mann. Was ist das denn hier? Nein. Das muss... Repariert das schneller. Boah, Gott sei Dank. Das war knapp mit der Energie, ey. Weil ich glaube, wenn die... Weil wenn die nicht... Was soll ich sagen? Wenn die nicht ausreichend gewesen wären, hätten wir verloren. Glaube ich sogar. Oh mein Gott. Beim ersten Versuch direkt geschafft die Mission, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Ja, das war doch nicht schlecht. Und das war doch mal ein... Riesenschneller Fortschritt bei der Mission, ey. Meine Güte. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, ja. 37 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Da würde ich mich sehr freuen. Erzählst gerne weiter an den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht bei Kursi gehen extrahieren. Sehen wir beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen, wenn ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.